Ich hoffe, ihr merkt, dass ich mir jetzt auch einen Popschutz besorgt habe und hört mich nicht mehr so laut atmen, weil das hat mich jetzt immer gestört, wenn ich die Videos geschnitten habe, habe ich meinen eigenen Atem so extrem laut gehört. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so wahrgenommen habt, wie ich ja. Mich hat das irgendwie echt genervt und ich hoffe, dadurch wird es jetzt ein bisschen besser. Werden wir sehen, werden wir sehen, sobald ich dieses Video hier schneide. So, gehen wir auch mal in die Terror-Einheit, wie ihr sicherlich schon gemerkt habt. Na, das war ja die erste Aufwärmphase. Völlig unnötig, jetzt hier alles zu kaufen, dass ihr wieder mal nicht aufpasst. Leute, wenn ihr miteinander reden wollt, geht Skype oder Teamspeak. Wenn sie wenigstens irgendwas Anständiges reden würden, aber meistens, also ich weiß nicht, ich meine, ich kann kein Jussisch oder was auch immer das war, leider. Aber manchmal hört es sich an, als ob sie... Ey, oh, lauter. Manchmal hört es sich halt einfach nur nach dem übelsten Bullshit an, was die da von sich geben. Ja, finde ich auch. Da waren Deutsche, eindeutig. Tatsächlich jemand hier, der Deutsch spricht, oder wie? Arschloch! Hallo! Du bist ein Arschloch! Was, sogar zwei? Kaum zu fassen. Du bist ein Arschloch! Naja, wenn du das behauptest, dann wird das wohl so sein. Es probiert das so sein, wenn du das mal öffnest, dann musst du das mal öffnen. Das war's. Das war's. Was zum Verbindungsprobleme, na ganz toll. Hat's denn jetzt das Internet draus genommen? Nein, das Internet ist noch da. Ich hasse mein Internet hier. Ich hasse es. Deshalb streame ich auch nicht, weil ich einfach so eine Fackkackleitung hab. Alla gut, nochmal von vorne. Wahrscheinlich werde ich aber sowieso auf den selben Server kommen. Bin gleich wieder zurück. So, jetzt bin ich wieder zurück. Das Internet war weg, keine Ahnung was da los war. Aber, wie gesagt, ich meine, sie reißen hier gerade überall die Straße auf und verlegen Glasfaser. Das dauert nur ein paar Monate, bis das endgültig hier auch im Haus liegt. Und dann kann ich vielleicht auch streamen. Wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare oder auch auf Twitter. Elf Presidente, Link, alles Wunder da unten in der Beschreibung. Könnt ihr mir gerne auch folgen, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, würde ich mich darüber freuen, wenn ihr abonniert, um nichts mehr zu verpassen. So, auf Nuke. Let's go. Drei Minuten noch. Ich weiß ja nicht, auch wenn die AK eigentlich vermutlich stärker ist, wie das Ding, mit dem ich hier jetzt rumballere. Yo. Den habe ich nicht gesehen. Die AK vermutlich weit stärker ist, wie das Ding hier, mit dem ich jetzt rumballere. Sagt mir die hier einfach mehr zu? Ich weiß nicht. Ich bin mit der Treffsicherer und sie hat auch das Zielfernrohr, also eigentlich wie die Ork. Wie eine leichte, also wie die Terroristenversion von der Ork. Na, komm raus. Ja. Vor lauter wie die Ork, wie die Ork, ne? Wie gesagt, finde ich nicht schlecht, das ist recht präzise. Man hat noch Zielfernrohr, falls man dazu kommt, das zu benutzen. Macht fun, macht fun. Und auch wenn das eigentlich nur so ein völlig billiger Skin ist, ich finde, der sieht richtig nice aus eigentlich. Ja Gott, stirbt doch jetzt. Na ja, wenigstens habe ich ihn noch erledigt. Ähm. Irgendwo kommt jemand. Meiner. Alla Juta. Sella Vecto, Hanne hin. Ja, ne, weil man die Waffe immer erst noch in der Hand drehen muss. Ich weiß, es ist immer jemand anders schuld und ich bin's nie, das ist ja ganz klar. So gefällt mir das. Schön noch die Bonuspunkte mitgenommen. Hallo, den wollte ich mir jetzt quallen. Ja, wo kommt denn der jetzt her? Von da hinten. Immer diese Leute, die sich da von hinten anschleichen. Das ist nicht nett, Leute. Das ist echt nicht nett. Ja, hat euch das keiner gesagt, dass man die Leute nicht von hinten erschrecken soll. So, was macht man noch nicht? Genau, Herzinfarkt hier. So, Nummer 1. Nummer 2. Und ich bin hin. Naja, immerhin. 2 von 4. 2 von 4. War doch gar nicht so schlecht, ne? Nochmal einen erwischt. Ah! Was duckt der sich auch? Beschiss? Darf aber wohl nicht wahr sein, ne? Immer die ist der Cheater hier. Aber einfach die Shift-Taste drücken, um sich zu ducken. Kaum zu glauben, ne? Ah, hab immerhin noch 128 Punkte gemacht. Nicht schlecht. Dafür, dass ich so spät auf die Map gekommen bin. Wo schießt er? Alles klar. Oh, jetzt ist eh gleich rum. 6 Sekunden noch. Ja, den haben wir noch. Gekriegt. Immerhin, 150 Punkte. Ist ja gar nicht so schlecht, ne? Ich versuch's mal mit Cobblestone. Ah, die waren erst drauf. Da werden sie wahrscheinlich nicht mitmachen. Obwohl doch. Kaum zu glauben, kaum zu glauben.